Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata. Wir sind in, egal was für einem Kapitel, das spielt für dieses Ende, für Ende T überhaupt keine Rolle, denn wir tun jetzt folgendes. Wir gehen ins Menü, wir gehen auf Fähigkeiten, auf unsere Plug-in-Chips, ist egal welchen, gehen auf Anpassen, alle Chips, der BS, was unser Betriebssystem ist, also unser Zentralsystem und entfernen den einfach. Und damit haben wir Ende T. Erreicht. Ja, das war's. Haben keinen Bock mehr. So einfach. Es geht manchmal doch ganz einfach. Das sind natürlich, wie gesagt, alle Spaßenden, die meisten. Und da gibt's einen kleinen Text, bla bla. Aber wenn du alles sehen möchtest, dann ist das halt wichtig. Von daher, Warnung, vorsichtig sein. Nicht den BS-Chip entfernen. Dies führt zum Tod. Jetzt weiß ich's auch. Und damit haben wir Fatal Error. Vielen Dank. Haut rein.